Ja, ich habe eine gute Botschaft mitgebracht aus dem tiefsten Osten aus Deutschland. Wir haben einen guten Gott. Amen. Ja, ich bin dankbar, heute bei euch sein zu dürfen. Ich bin dankbar, heute mit euch einfach in das Wort Gottes hineinschauen zu dürfen. Es ist immer ein Privileg, dass wir schauen dürfen, was möchte Gott oder der Geist Gottes zu seiner Gemeinde sagen. Und es ist immer so interessant, denn Gott offenbart sich heute immer noch genauso wie damals durch sein Wort. Ganz persönlich heute dir und mir. Und deswegen möchte ich nochmal einfach ganz kurz diese Zeit einfach in Gottes Hand legen. Du kannst gerne sitzen bleiben, kannst aufstehen. Ich möchte nochmal kurz beten, dass einfach wirklich Gott zu uns spricht. Dass wir heute keine Menschenweisheiten hören oder keine Menschenherzensworte hören, sondern allein, dass Gott heute die Führung übernimmt. Ja, Jesus, wir danken dir für diesen Abend, Herr. Herr, und dir allein gebührt die Ehre, Herr, der Ruhm und die Majestät, Herr. Und wir beten den Namen, Jesus. Übernimm du die komplette Leitung an diesem Abend, Herr. Herr, wir brauchen dich gar nicht einzuladen, dass du kommst, denn du bist bereits hier. Herr, und deswegen beten wir in den Namen, Jesus, Herr, übernimm du heute die komplette Kontrolle. Leg deine Worte in meinen Mund hinein, für zu deiner Ehre und für deine Ehre, Herr. Und sprich du zu uns heute, Herr, was du heute für deine Braut vorbereitet hast, Herr. In Jesu Namen. Amen. Okay, heute Abend beginnen wir ein cooles Thema. Warum sage ich beginnen wir? Weil, das werde ich gleich kommen. Vielleicht können wir die PowerPoint mal reinhauen. Und zwar die Thematik, das neue Leben in Christus. Und ihr werdet heute 100% nichts Neues hören. Wisst ihr, warum? Es ist alles biblisch. Und ihr habt das alle schon bestimmt schon mal gehört. Und das sagt auch Petrus in seinem Brief. Und Petrus sagt, er möchte niemals müde werden, die Anfangsgründe nochmal, nochmal darzubringen. Das heißt, es wird schon vieles heute kommen, was ihr bestimmt schon mal gehört habt. Und ich hoffe, dass ich nicht so lange rede, dass ihr wirklich müde werdet. Nicht im Geist, sondern im Fleisch. Wir werden ja kurz ein Zeichen geben. Ansonsten möchten wir uns heute wirklich anschauen, was es bedeutet, dieses neue Leben in Christus zu führen. Und dafür habe ich mal die erste Gliederung mitgebracht für heute Abend. Die erste Gliederung ist die große Gliederung. Und die ist in drei Teilen eingeteilt. Hier lesen wir einmal, was bedeutet wirkliche Freiheit. Wie der Teufel unsere Sinne verblendet hat. Wie Jesus unsere Sinne befreien möchte. Dann kommen wir zu den Unterkategorien. Das wäre Schritt 1, die Sünde. Schritt 2, die Ereignisse. Schritt 3, die Verblendung. Dann die Annahme seiner selbst, die Wiedergeburt. Das Wort Gottes, seine Gemeinde und der Heilige Geist. Beim Heiligen Geist ist ein Ausrufezeichen dahinter. A, weil er wichtig ist. Und B, weil wir heute in diese Thematik nicht wirklich reinschauen können. Weil er sonst den ganzen Rahmen sprengen würde. Aber lasst uns direkt starten mit Punkt Nummer 1. Johannes, das Ganze lesen wir im Johannes 8, Vers 31 bis 35. Und hier möchten wir uns die Frage anschauen. Was bedeutet es wirklich, frei zu sein? Wer ist alles ein Christ in diesem Raum? Kurz die Hand hoch. Okay, okay. Haben wir alles schon was gemeinsam. Wenn wir diese Frage hören als Christen. Bist du wirklich frei? Das neue Leben in Christus. Alles ist neu. Alles ist ganz neu. Und du wirst Freiheit in deiner Seele bekommen. Dann werden wir oft zu diesem Entschluss gezogen, dass wir dann sagen, aber hey, stopp mal. Ich bin doch schon längst frei. Ich habe doch bereits neues Leben in Christus. Dann sagen wir, ja, durch Christus habe ich das neue Leben. Dann sagen wir, ja, durch die Taufe. Durch die Gebete. Durch die Bekehrung. Wir haben bereits dieses neue Leben in ihm. Wir haben bereits Freiheit. Wir haben bereits alles das, was wir brauchen. Und das stimmt auch. Aber ich habe mir diese Frage gestellt, Geschwister. Wenn wir wirklich alles haben, was wir brauchen, warum ist dann in unserem Leben noch so viel Unfreiheit? Warum blocken wir manchmal so ab, wenn wir das Thema Freiheit hören oder auch ein neues Leben hören und sagen, wir sind bereits frei, wir sind bereits von Neuem geboren, alles weitere. Aber warum ist denn so oft in unserem Leben so viel Unfreiheit mit der Thematik Sünde? Mit der Thematik Krankheit? Warum haben wir immer noch alte Belastungen in unserem Leben, die so alt sind, die wir so lange mitschleppen? Warum ist das so? Warum haben manche Pastoren das Leid, dass sie über Jahrzehnte sogar Seelsorgegespräche führen über das gleiche Thema mit Personen? Warum? Woran liegt das? Warum verfolgen uns Themen so lange? Und diese Antwort finden wir im Johannes 8, Vers 31 bis 35. Ich möchte diesen Text mal lesen, denn hier passiert etwas sehr Interessantes. Wir lesen, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Und hier müssen wir erstmal den ersten Punkt machen. Zu wem sprach Jesus hier? Zu Menschen, die an ihn glaubten. Nicht zu irgendwelchen Juden, nicht zu irgendwelchen Pharisäern, die dachten, oh, das ist Jesus, das werden wir gleich noch hören. Aber in erster Linie sprach er hier zu Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemand des Knechtes gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewiglich. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Und wir lesen hier, hey, das waren Juden, die so lange im Glauben bereits waren. Das waren Juden, die Abraham, Isaac, Jakob vom Hörensehen sagen, er kannten. Sie kannten die Schriften, sie wussten, sie sind ein Teil von diesem großartigen Gott. Deswegen sagten sie, Abraham ist unser Vater. Wie kannst du sagen, wir sollen frei werden? Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm. Wir sind nicht unerlich geboren. Wir haben einen Vater. Das ist Gott. Und dann sagt Jesus noch später, nein, ihr habt den Teufel zum Vater. Harte Aussage. Was geschieht hier in diesem ganzen Kontext? Einmal im Johannes 8, 31 bis 35 und 36 bis 41. Jesus versucht Menschen zu erklären, hey, ihr braucht Freiheit. Und diese Menschen zucken religiös zusammen und sagen, nein, wir sind bereits frei. Wir sind bereits geheiligt. Wir haben alles, was wir brauchen, weil wir sind doch Abrahams Same. Und Jesus sagt, oh Mann, ihr braucht wirkliche Freiheit. Und wir haben gerade gelesen, was uns frei machen wird. Es ist die Wahrheit. Und das ist der Einstieg für diese Lehre heute Abend. Deshalb, weil wir werden heute sehr viel über die Wahrheit hören. Weil die Bibel sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und Johannes 16 lesen wir vom Heiligen Geist, dass er uns in alle Wahrheiten hineinführen wird. Und der Sinn und Zweck heute Abend ist der, dass Gott dir zeigt, in deiner Seele, wo du Freiheit brauchst. Und wisst ihr, wie das nur funktioniert? Nur in Wahrheit. Und ich habe mir so einen Satz hier aufgeschrieben. Oft verdrängen wir diese Wahrheit, anstatt sie zu erkennen. Wir verdrängen das, was war, obwohl der Heilige Geist kommen möchte und unsere Seele reflektieren möchte in seiner Wahrheit. Er möchte uns zeigen, wo die Ursache unserer Probleme ist. Wisst ihr, wir alle haben mit Thematiken zu kämpfen, gegen die auch schon tausendmal gebetet wurden. Seien es Krankheiten, seien es psychische Aspekte, seien es Sünde in irgendwelcher Art und Weisen. Wir beten so oft dagegen, aber irgendwie passiert nichts. Warum? Wer hat schon mal alles Unkraut gejädet von uns? Wer war schon mal zu faul und hat nur die Pflanze rausgezogen, war zu faul über die ganze Erde? Ja, ich auch. Aber das Problem ist, man tut dieses Unkraut jäten und das ist weg. Und wenn man nur oben diesen Strauch, was es auch immer ist, ich bin kein Gärtner, wenn man das so abschneidet und wegmacht, ist das sichtbar weg. Das ist super, es sieht super schön aus, dieser Wegrand. Aber warte ein paar Wochen ab, die Wurzel ist trennen geblieben, es wächst wieder nach. Und genauso ist es mit unseren Problematiken in unserem Leben. Wir beten dagegen in der Oberflächlichkeit, dann geschieht ganz kurz ein Wunder, wir sind für ein paar Tage frei, wir freuen uns wie Sau und sagen, ja, wir sind frei. Und nach zwei Wochen rufen wir an, Pastor, ich habe das Problem schon wieder. Warum auch immer. Warum? Weil Gott in der Tiefe Freiheit schaffen möchte durch die Wahrheit. Und wir beten heute, dass Gott einfach uns heute Wahrheit erkennen lässt in unserem Herzen, auch über unsere Vergangenheit, über die Dinge, die der Teufel in unserem Leben angerichtet hat. Und deswegen möchten wir noch mal ganz kurz beten, dass der Heilige Geist uns heute einfach ganz individuell jeden Einzelnen offenbart, was er dir heute zu sagen hat. Jesus, wir danken dir für deinen Geist und wir beten dich an, Heiliger Geist, und wir beten in den Namen Jesus, Heiliger Geist, erfülle diese Räume und reflektiere jetzt unsere Seelen, Herr, Herr, mit deiner Wahrheit, dass wir heute erkennen, Herr, wo der Teufel uns Schaden zugefügt hat, dass wir erkennen dürfen, Herr, wo der Satan uns wirklich, Herr, angegriffen hat und unser Leben zerstören wollte, Herr. Danke, Herr, dass die Herrschaft des Satans heute Abend ein Ende hat in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus, Heiliger Geist, offenbare du jetzt jeden eins in den nächsten Schritten, in welcher Thematik er Freiheit braucht, oh Herr. In Jesu Namen. Amen. Deswegen gehen wir jetzt auch direkt über in Punkt Nummer zwei, wie der Teufel unsere Sinne verblendet hat. Was sind die fünf Sinne des Menschen? Haut mal raus. Riechen. Schmecken. Hören. Sehen. Fühlen. Genau so ist es. Ein gesunder Mensch hat diese fünf Sinne. Manchmal glaube ich, mein Vater hat irgendwie einen sechsten Sinn gehabt. Das war eine prophetische. Das war schon einer seiner Sinne gefühlt. Ein gesunder Mensch hat diese fünf Sinne. Und wisst ihr, ich hatte vor, wann hatten wir Corona, wie wir in September? Ende September hatten wir Corona. Und ich kann dieses Wort schon gar nicht mehr leiden, ihr. Aber wir hatten es, Ende September haben wir es gehabt. Und eines Tages kommt meine Frau zu mir und sagt, ey Lia, ich kann ja gar nichts mehr schmecken. Ich habe mir so, oh die Arme, ne? Und ich sitze so da und denke mir so, wann hast du das letzte Mal was gerochen oder das letzte Mal was geschmeckt? Und ich ging ins Bad und habe schnell, habe an so Seife gerochen, habe nichts mehr gerochen. Dann ging ich schnell in die Küche, habe den Kühlschrank aufgeschlagen. Dann haben wir so Pinguine gehabt, die ehe ich ganz gerne. Und habe den Pinguin geschnappelt, habe nichts mehr geschmeckt. Da dachte ich mir, oh was, ich schmecke ja nichts mehr. Das war irgendwie lustig. Der erste Tag war irgendwie lustig. Ich habe nichts mehr geschmeckt, nichts mehr gerochen. Aber nach drei Tagen hang ich so da und habe meinen Geschmackssinn vermisst. Und das ging mir dann richtig auf die Nerven. Und nach ein paar Tagen dann bin ich schon psychisch wie angeknackst gewesen dadurch. Ich dachte mir, Mann, ich rieche nichts mehr, ich schmecke nichts mehr. Dann habe ich meine Frau geholt, sagte Vivian, bitte koch mir richtige starke Knoblauchnudeln in Olivenöl. Und dann hat die so einen Topf gemacht mit Nudeln und hat dann Olivenöl reingehauen und hat bestimmten gefühlten Kilo Knoblauch drauf gemacht. Und ich dachte, das muss ich jetzt schmecken. Und ich esse diesen ganzen Teller weg und ich habe nichts geschmeckt. Zum Glück hat meine Frau nichts gerochen. Und wisst ihr, es ging so lustig, aber irgendwann war das so anstrengend für meine Psyche, dass ich diese Sinne nicht benutzen konnte. Weil ich kannte diese Sinne bereits. Wenn du einem blinden Menschen in deinem Umfeld fragst, wie es ist zu sehen, der von Geburt an blind ist, der wird dir nicht sagen, wie das ist. Der kennt das nur so. Wenn du einen, na gut, schwierig, wenn du einen Menschen fragst, der nicht hören kann, wie es ist zu hören, wird dir keine Antwort geben, weil er nicht hören kann. Und wisst ihr, so oft sind wir gefangen in Dingen, wo wir gar nicht davon wissen, dass wir darin gefangen sind, weil unsere Sinne geistlich verblendet sind. Wir wissen gar nicht, dass wir das eigentlich können. Also ein blinder Mensch wird nicht nachvollziehen können, was es heißt, sehen zu können. Und ich saß so auf der Couch mit Corona, so schlimm war es gar nicht bei mir, ich habe nicht mal eine Grippe gehabt, und habe mir gedacht, Mann, wie oft sind unsere geistlichen Sinne verblendet. Und dann las ich diese Textstelle im 2. Korinther 3-4 und hier lesen wir, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt zeigt, wer ist das? Der Teufel? Die Sinne verblendet hat, sodass ihn das hellige Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und hier lesen wir zwei Aspekte. Grundsätzlich schafft es der Teufel, die Sinne des Menschen so zu verblenden, dass sie es gar nicht annehmen können, was Jesus für sie eigentlich getan hat. Aber wenn wir diesen Text noch genauer ansehen, geht es noch tiefer, denn Christus ist das Ebenbild Gottes. Und durch Christus möchte uns Gott zurückführen in sein Ebenbild. Und der Teufel verblendet bis heute noch oft, nicht immer, aber oft unsere Sinne, dass wir nicht komplett zurückgehen können in das Ebenbild Gottes. Und wisst ihr was? Das macht er strategisch. Und dieses altgriechische Wort hier für Sinne bedeutet nicht schmecken, riechen oder hören. Dieses Wort heißt Nus, also N-U-S, wenn das richtig ausgesprochen ist, unser griechische Mario, also Nus, N-U-U-S. Und dieses altgriechische Wort beschreibt das Denkvermögen, das Organ des Denkens und das Organ der Auffassung. Dieses Organ hat der Teufel verblendet. Ist das nicht krass? Und wir möchten uns heute drei Schritte anschauen, wie der Teufel in unserem Leben diese Sinne systematisch verblendet hat. Und der Schritt eins, wie der Teufel deine und meine Sinne im Grund schon eigentlich zerstört oder kaputt gemacht hat, ist die Sünde. Wer kann was dafür? Niemand, leider. Ich habe etwas Gutes gehört. Warum wurde dem Teufel nicht seine Sünde vergeben, aber dem Menschen? Weil der Teufel wurde nicht verführt, der Mensch wurde es. Und das ist echt krass, weil der Teufel hat die Sünde geboren, der Mensch nicht. Er wurde davon geleitet durch den Satan. Aber wir alle hier sind, und das ist These A, in Sünde hineingeboren worden. Dagegen können wir nichts tun. Es gab nur einen Menschen, der nicht in Sünde hineingeboren worden ist. Und nein, ich bin es nicht. Es ist Jesus. Das heißt, du und ich, wir sind Sünder prinzipiell. Wir können gar nichts. Und die These hier ist, dass Sünde in unserem Leben irgendwann anfangen zu entstehen. Das heißt, irgendwann fängt unser Körper, unser Mensch, unsere Natur an zu sündigen. Als ich sechs Jahre alt war, ihr wisst ja, mein Vater war ein bibeltreuer Christ, bis zum Schluss. Als ich sechs Jahre alt war, war ich mit meinen Eltern im Kaufland und kennt ihr diese Theken am Kaufland? Diese Süßigkeiten-Theken, wo man so Oreo und so irgendwie kaufen kann, diese Snacks. Ich habe diese Theke gesehen und wollte unbedingt so ein Überraschungsei haben. Und sagte Mama, ich hätte gerne das Überraschungsei und so ein Bueno. Meine Mutter guckt so und sagt, eins von beiden darfst du dir aussuchen. Und die räumen alles aufs Kassenmann und ich gucke diesen Stand so an und habe das Überraschungsei so auf dieses Kassenmann gelegt und das Bueno habe ich, ne umgedreht, das Bueno aufs Kassenmann und das Ü-Ei habe ich in meiner Tasche versteckt. Und als ich nach Hause gegangen bin, bin ich hoch in mein Zimmer gerannt, habe die Tür zugemacht und habe ganz schnell mein Überraschungsei gegessen und habe mich so gefreut, dass es geklappt hat. Das ist kein Schwerverbrechen, aber die Sünde fing in mir an zu wirken, weil ich in Sünde hineingeboren worden bin. Irgendwas muss der Körper tun, weil wir fangen an zu sündigen. Kinder zwischen zwei und drei Jahre fangen an, ihre Eltern zu belügen. Fangen sie an, um zu testen, ob es funktioniert. Warum? Der Mensch fängt einfach an zu sündigen. Dagegen können wir einfach gar nichts tun. Das müssen wir tragen, bis uns Jesus wiedergeholt hat. Thesen Nummer B. In dieser sündigen Natur gab es Ereignisse, die unser seelisches und geistliches Leben negativ beeinflusst oder sogar zerstört haben. Du wirst älter, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Jahre alt, du wirst jugendlich, du wirst erwachsen und in diesen Zeiten schickt der Teufel Situationen, um das deine Sinne noch mehr verblendet werden, damit dein Leben noch mehr zerstört wird, damit deine Seele noch mehr kaputt geht. Und das ist Schritt Nummer 2, die Ereignisse. Und ich habe jetzt mal hier so drei Ereignisse aufgeschrieben, so, es ist ein harter Ausdruck hierfür, aber so nur noch 15 Ereignisse, die man schon immer mal gehört oder gesehen hat. Ereignis Nummer 1, Missbrauch, seelisch oder körperlich. Wie oft ist das in unserer Gesellschaft vertreten, dass Menschen missbraucht werden, geistlich, körperlich oder sogar misshandelt werden. Punkt Nummer 2, verstörende Vorbildsfunktionen. Vater, Mutter, Stiefvater und so weiter. Was gibt es da für Beispiele? Vater schlägt Mutter, Vater schlägt Kinder, Vater verlässt Kinder, hast deinen Vater niemals kennengelernt, Mutter verlässt Kinder, hast deine Mutter nie kennengelernt, du hast Zechtausende Stiefväter, keine Ahnung, wer dein richtiger Vater davon ist, such dir einen aus. Wenn der Teufel es schafft, dass unsere Kindheit bereits zerstört wird, hat er den Weg für einen ungesunden Werdegang bereits völlig gelegt. Es ist super, es ist für ihn perfekt, weil wenn unsere Kindheit zerstört wird durch unsere Vorbildsfunktionen, ist es für uns umso schwerer, Gott den Vater als Vater zu sehen. Diese Liebe als Kind zu akzeptieren, wie denn, wenn wir das gar nicht von zu Hause überhaupt kennen? Ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich hatte den besten Daddy der ganzen Welt. Ja, echt den besten Vater. Aber ich denke, dass der Teufel das ganz bewusst gemacht hat, weil er weiß, dass Gott uns als seine Kinder beruft. Deswegen will er unsere Kindheit oft schon zerstören. Punkt Nummer drei sind traumatische Ereignisse. Trauma hat das in allen Variationen. Tod, Entführung, ganz individuell. Traumatische Ereignisse sind sehr interessant, weil die passt der Teufel auf dein Leben ganz individuell an. Ich kenne eine Frau, die hört gleich gerade sogar im Livestream vielleicht zu. Es ist meine Schwester. Meine Schwester liebte ihre Heimat. Sie liebte ihre Heimat. Sie war von ganzem Herzen ein Wessi. Sie liebte ihr Umfeld, sie hatte beste Freunde und plötzlich kam mein Vater und sprach, Gott hat mir gesagt, wir müssen nach Dresden ziehen. Und mein Vater riss die ganze Familie so aus dem Umfeld hinaus. Ihr kennt meinen Vater, radikaler Mensch, Gott hat gesprochen, zack, los geht's. Und dieser Umzug war für meine Schwester ein traumatisches Ereignis. Es hat ihr Leben zerstört. Sie war danach, ich müsste lügen, ich glaube 10 oder 15 Jahre, nee, so lange nicht, aber einige Jahre lang depressiv wegen einem Umzug. Wer hat schon mal alles einen Umzug gemacht? Bist du auch depressiv geworden? Nee, das ist ja kein Grund, depressiv zu werden. Aber der Teufel hat es genau angepasst, dass es für sie ein traumatisches Ereignis wird. Und so gibt es in unserem Leben so viele Ereignisse, die für uns so, so, so schlimm enden können. Das sind so diese typischen Ereignisse in dem Menschenleben, die der Teufel benutzt für Schritt 3, weil das ist nicht die Verblendung, sondern das ist die Basis, um verblendet zu werden. Weil was resultiert aus diesen Ereignissen diese Punkte? Das erste Resultat, was so oft vertreten ist, ist Selbstwertmangel. Selbstwertmangel. Du brauchst so viel Bestätigung, dass alles richtig läuft. Guck mich gar nicht an, meine Frau. Du brauchst so viel Bestätigung, dass alles tippitoppi ist, dass du jeden fräckst in deiner Umgebung. Du weißt gar nicht, wer du in Wirklichkeit selber bist. Du kannst dich selber gar nicht richtig akzeptieren. Was resultiert daraus? Abhärtung. Ich habe Männer kennengelernt, so richtige Männer, die haben voll auf den Tisch gehauen. Ich dachte mir, Mann, ist das ein harter Typ. Der war nicht hart. Die sind nicht hart. Oft. Warum? Die sind nur abgehärtet durch ihren Selbstwertmangel. Die stempeln das ab als Selbstbewusstsein, aber das ist nur ganz, ganz, ganz großes Wunschdenken, denn es ist zurückzuführen auf Selbstwertmangel. Was resultiert dadurch? Soziale Distanzierung. Es ist schwer für dich, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Es ist schwer für dich, Freunde zu finden in deinem Umkreis. Es ist schwer für dich, soziale Kontakte zu pflegen. Ich sage das mit aller Vorsicht. Ich will auch niemanden angreifen, der es im Livestream sieht, falls das eine Person X sehen sollte. Ich habe damals mit einem Menschen zusammen gedient, ganz vier Jahre zusammen. Wir waren richtige Dienstpartner. Wir haben unsere ersten Ereignisse in Christus gemeinsam erlebt. Das war nicht mein Vater, das war echt mein bester Freund. Doppelt so alt, wie ich gefühlt. Er war fast doppelt, nicht so krass, aber fast doppelt so alt. Aber wir haben alles, was wir erlebt haben, zum ersten Mal gemeinsam erlebt. Und wir waren auf Konferenzen. Wir haben erlebt, wie Menschen frei wurden. Wir haben einfach erlebt, dass Gott gut ist. Und das alles zum ersten Mal. Wir durften zusammen in den Dienst reingehen damals. Wir wurden damals 2018, glaube ich, zum Diakon ordiniert, beide. Und wir haben diese ganzen Schritte gemeinsam sind wir gegangen. Und das war einfach mein Freund. Wisst ihr? Das war einfach mein Freund. Ich glaube, man sagt zu vielen Leuten, Bruder, Bruder im Herrn. Aber das war mein Freund. Ich glaube, mein Herz hängt immer noch an ihm. Genauso wie damals. Weil ich so viel mit ihm auch erlebt habe und so viel durchgemacht habe. Und eines Tages hat sich der Freund nie mehr gemeldet. Ganz hart gesagt. Ich will jetzt nicht so tief eingehen. und der Kontakt ist kaputt gegangen. Ich habe so lange versucht, diesen Kontakt zurückzugewinnen, aber es geht leider nicht mehr. Und wir haben uns dann verlaufen. Und wisst ihr was? Das tat mir im Herzen so weh. Ich dachte, hey, du bist doch mein Freund. Wir haben so viel gemeinsam erlebt. Und zeitgleich, wo er gegangen ist, kam eine zweite Person in meinem Leben und die hieß Serge Bersch. Serge Bersch. Ein richtiger Russe, ey. Solche Arme. Und Serge kommt in mein Leben und ich habe diese Verbindung so sofort zu ihm gespürt. Und mein Vater sagt zu mir, ey, Elia, warum distanzierst du dich so stark vom Serge am Anfang? Und ich sage, weil ich keine Lust habe, nochmal enttäuscht zu werden. Ich habe keine Lust darauf, dass nochmal jemand geht nach ein paar Jahren Dienst. Jetzt sind wir die unzertrennigsten besten Freunde, Serge und ich. Wir dienen gemeinsam mein Leben, Gott. Aber wisst ihr was? Es hat ein Resultat, wenn Menschen uns wehtun. Es hat ein Resultat, wenn wir in unserem Leben dieser Ereignisse erleben und dadurch Selbstwertmangel entwickeln. Der zweite Punkt ist, seelisch und körperliche Krankheiten, Depressionen, allgemeine Krankheiten, Angstzustände und so weiter. So lange, wie schon vorhin gesagt, haben wir mit Krankheiten zu kämpfen und wir beten dagegen, aber es geht nicht weg. Vielleicht sollten wir uns mal die Frage stellen, ob die Ursache nicht hier liegt und nicht direkt an der Krankheit liegt. Wisst ihr, dass meine Studie ergeben hat, dass verbitterte Menschen öfters Krebs bekommen? Ich persönlich empfinde es als geistliche Sache. Wenn du jahrelang mit Depressionen zu kämpfen hast, dann frag dich doch mal, woher kommt das denn? Du bist ja nicht einfach aus Prinzip depressiv. Das hat einen Ursprung in deinen Ereignissen, in deinem Leben. Wenn du ständig mit Angstzuständen zu kämpfen hast, das muss einen Ursprung haben. Ich will euch ein praktisches Beispiel nennen. Mein Vater wurde 2015 angestochen aufgrund seines pastoralen Amtes. Er wurde gezwungen, dieses Amt niederzulegen, hat es nicht getan und hat dafür zwei Messerstiche bekommen. Ja, unterm Rücken in dem Bereich. Und mein Bruder und ich haben meinen Vater vorgefunden mit Blut überströmt und sah echt, ich mache das nicht dramatisch, sah echt dramatisch aus. Und wir haben ihn gefunden und wisst ihr was? Seitdem habe ich, naja, manchmal ist es auch gelogen, habe ich Angstzustände gehabt. Es geht wieder jetzt, aber ich habe echt manchmal Angstzustände. Manchmal gehe ich raus und denke mir, bist du der Nächste, der angestochen wird? Weißt du, wie ich meine? Es ist krass, aber dieses Ereignis hat Spuren in meiner Seele hinterlassen. Ihr merkt, ich brauche diese Lehre selber, oder? Angstzustände, das, 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 Pinguin-Esser. Nein, Spaß. Der nächste Punkt ist, negative Gedanken, Strukturen und Muster. Wir haben Gedanken, die so ungesund sind, dass wir uns gar nicht trauen, dir jemandem zu sagen. Wer kennt das? Oh komm, das kennen wir alle, oder? Wir haben Gedanken, dann denken wir uns, wie kommst du darauf, das überhaupt zu denken? Wie kommt dein Kopf darauf? Was ist in deinem Herzen drin? Manchmal habe ich Gedanken, dass ich schon in eine Bußhaltung gehe, aufgrund dieser Gedanken. Ich denke, oh Gott, was ist in meinem Kopf da oben los? Herr, prüfe mein Herz, das stimmt da nicht. Und wisst ihr, öfters haben wir Gedanken, Muster und Strukturen, die so kaputt sind, nicht weil du, weil du ein komischer Mensch bist, sondern, aufgrund, den Ereignissen in deinem Leben, die dich geprägt haben. Ich habe so ein Beispiel hier, das ist kein Beispiel von mir diesmal, ein Ammerklauf. Wisst ihr, wenn so ein Typ, kennt ihr diese Ammerklauf in Amerika? Die gibt es auch echt recht häufig, da kommt ja jeder an eine Waffe ran, wie er Bock hat. Wenn so ein Typ sich morgens aufmacht, tut seine Schrotflinte holen und geht in diese Schule rein und erschießt Massen von Kindern, dann kann mir keiner erzählen, dass der ein gesundes Gedankenfeld davor gehabt hat. Das macht doch keiner. Wer steht morgens auf und sagt, heute erschieße ich Menschen? Nein, davor sind Gedanken, Gebäude entstanden und Strukturen, die sowas von kaputt und schrott sind, dass es dazu führt, dass man das ausübt. Ein cooles Zitat aus dem Talmud, ich empfehle niemandem den Talmud, nicht cool, aber ich empfehle ein Zitat aus dem Talmud, wenn ich das richtig zitiere, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden handeln, achte auf dein Handeln, es wird deine Gewohnheit. Und irgendwo ist da schon was dran, oder? So, es fängt hier an, es geht hier raus, wir tun es und dann ist es Gewohnheit geworden. Geht so schnell. Und das Letzte ist, was der Teufel immer in deinem Leben versucht zu erzielen, dass du dich selber umbringst. Das ist dein einziges Ziel. Es gibt keinen größeren Schritt wie Suizid, es gibt keinen größeren Stolz wie Suizid. Das ist die größte Waffe des Satans gegen Gott. Wisst ihr warum? Gott entscheidet über Leben oder Tod. Wenn du dich umbringst, das machst du selber. Und damit entmachtest du Gott eigentlich komplett und das ist die größte Demütigung, die der Teufel tut an dem Werk Gottes, an der Menschheit Gottes, sie dazu zu bringen, dass sie sich selbst töten. Aber wisst ihr, oft kommt das so zusammen und man denkt sich, mein Leben ist gar nichts mehr wert. Für was lebe ich eigentlich? Und dann kommt der Gedanke reingeschossen, dann bringe ich mich einfach um. Und dann klatscht der Satan schon in seinen Händen, weil er genau weiß, er hat dich da, wo ich dich haben will. Aber, ich habe eine gute Botschaft mitgebracht. Glaubt ihr, dass Gott darüber steht? Glaubt ihr, dass das für Gott nichts ist, das in deinem Leben zu beheben? Das Interessante ist, dass sich jeder irgendwo, irgendwie wiederfinden konnte da. Das ist irgendwie so das Allgemeine. Jetzt jeder konnte sagen, oh ja, da hakt es. Aber glaubst du, dass Gott mit diesem Problem in deinem Leben fertig wird? Glaubst du daran? Ich glaube daran, Geschwister, dass der Heilige Geist uns zeigen möchte und schon dir gerade gezeigt hat. Ich spüre das wirklich im Geist. Der Geist Gottes hat dir in den letzten drei Punkten gezeigt, wo es gehadert hat in deinem Leben. Aber glaubst du, dass Gott damit auch fertig wird? Wisst ihr, manchmal schaue ich mein Leben so an und denke mir, Gott, wirst du damit wirklich klarkommen? Mit mir Chaoten? Und dann denke ich mir so, okay Gott, du bist allmächtig. Du musst es irgendwie gebacken kriegen mit mir. Hier hast du meinen Willen, den Rest machst du. Und ich denke, wir dürfen da die Bibel in Anspruch nehmen. Denn wir lesen in Johannes 10, Vers 10, was sehr stark ist. Wir haben jetzt drei Schritte gelesen, wie der Teufel uns systematisch unsere Seele zerstören möchte. Aber wir möchten uns auch die Schritte angucken, wie Gott unser Leben erneuern möchte. Wie Gott uns ein neues Leben in ihm schenken möchte. Und deswegen möchten wir starten mit einer Stelle aus Johannes 10, Vers 10. Also ich sage das so oft bei so vielen Stellen, aber ich glaube, das ist meine absolute Lieblingsstelle, wie so viele andere Stellen auch. Aber die Stelle ist einfach so stark. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hürde. Der gute Hürde lässt sein Leben für die Schafe. Halleluja. Der Teufel, dieser Dieb ist nur in deinem Leben gekommen, um das zu stehlen, was Gott bereits mit dir vorhatte, was Gott bereits in dir hineingelegt hat. Alles das wollte er dir rauben. Aber jetzt sagt Jesus, Stopp! Denn ich bin gekommen und ich habe mein Leben dafür gegeben, damit du in einem neuen Leben wandeln kannst. Ist das nicht stark? Und das müssen wir uns heute zum Eigen machen. Denn, Geschwister, der Satan hat verloren. Er muss nicht noch verlieren über dein Leben. Du musst nicht noch warten, dass der Teufel dein Leben verliert, sondern er hat bereits verloren. Nur unser Problem ist, wir müssen es annehmen. Wir müssen es verinnerlichen, dass wir dieses neue Leben bereits haben, weil das hier ist der alte Mensch. Wir müssen lernen, was es heißt, mit diesem neuen Menschen umzugehen. Und deswegen möchten wir mit Schritt 1 starten, denn, ich bin davon überzeugt, ob das jetzt theologisch korrekt ist oder nicht, ich schätze das einfach selber ein, ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott uns erneuern möchte, dass es ein Prozess ist. Wir haben so dieses Amerika-Gospel-Church-Denken, man betet, du fliegst um, du schießt auf und heißt schon gefühlt anders, so neu bist du. Aber, Geschwister, so oft ist es so nicht. So oft ist es nicht, dass jemand seine Jacke schmeißt und du fliegst um und du bist ein neuer Mensch. Nichts dagegen ist, mein Gott. Aber es ist nicht so. Es ist nicht so oft, dass Gott uns so erneuern möchte. Klar habe ich das schon erlebt, dass ein Mensch nach einem Gebet, nicht ich persönlich, aber gehört, dass ein Mensch nach einem Gebet drei Tage geschlafen hat, aufgestanden ist, frei von Drohungssucht war, ein neuer Mensch war. Klar, das gibt es auch. Also ich bin keiner davon auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Jesus deswegen mit uns diesen Prozess der Erneuerung gesund durchgehen möchte. Und dafür möchten wir uns den ersten Punkt anschauen. Könnt ihr noch alle? Oh gut. Der erste Schritt ist, die Annahme seiner selbst. Und wenn wir nicht das annehmen, was Gott für uns getan hat, was Gott mit dir vorhat, was Gott schon dir vorherbestimmt hat, nicht dir akustisch, sondern dir durch sein Wort, dann können wir schon mal alles vergessen. Weil es geht zuallererst um die Annahme seiner selbst, die Annahme Jesu Christi. Und wir möchten uns dazu eine Bibelstelle anschauen, die sehr stark ist im Johannes 1, 1 bis 4. Also Johannes war schon ein krasser Typ, oder? Alle drei Evangelisten gehen so ganz vorsichtig rein, versuchen zu erklären, dass Jesus irgendwie der Christus ist. Und Johannes kommt so, am Anfang war Gott, er war Jesus und er wurde Fleisch. Punkt. Also Johannes war echt straight, er war echt ein Mann Gottes. Und wir lesen ja auch einfach von Johannes so viel, dass er in die Tiefe hinein ging. Die ersten Johannesbrief, zweiter, dritter Johannesbrief, die Offenbarung, stammt alles von diesem einen Schreiber, vermutet man auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt kein tieferes Buch als die Offenbarung. Wenn jemand verstanden hat, komm gerne danach mit zu Daniel und erklär sie mir, weil ich habe keine Ahnung. Aber lass uns mal Johannes 1, 1-4 anschauen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eins entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Von wem ist hier die Rede? Jesus. Amen. Lesen wir weiter? Ne, müssen wir nicht weiterlesen. Genau, Johannes 1, und jetzt von 12-14. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Krasse Stelle. Zwei Aspekte, die wir hier lesen. Jesus ist dieses Wort und jeder, der ihn annahm, gab er das Anrecht oder Vollmacht im Altgriechischen, Kinder Gottes zu heißen. Und wir kennen diese Namen von Jesus. Jesus, Christus, Sohn Davids, Messias, Löwe von Judah, das Lamm Gottes, Emanuel, Sohn des Menschen. Es gibt zigtausende Namen und Bezeichnungen für Jesus Christus. Aber eine Bezeichnung vergessen wir so oft oder übersehen wir leider so oft und das ist das altgriechische Wort Logos, Logos. Das haben wir so oft, wisst ihr warum? Theologie. Theos, Logos. Die Lehre vom Wort. Also es begeleitet uns so viel. Aber Logos wird übersetzt mit das Wort, also den Aussprüchen Gottes, den Aussprüchen von dem, was Gott sagt. Und es wird übersetzt mit Jesus. Das heißt Logos, das Wort an sich, ist ein Name von Jesus. Wir möchten uns ganz kurz anschauen, wir werden gleich rausfinden, warum das so wichtig ist. wie durch dieses Wort alles entstanden ist. Wir lesen einmal im Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Und das Ganze wird nochmal stärker von Paulus beschrieben im Kolosse 1, Vers 15 und 17. Denn hier sagt Paulus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen, geschaffen. Und er ist vor allem und alles, alles, das ist so krass, alles hat seinen Bestand in ihm. Und als diese zwei Stellen las, fragte ich mich, wie ist alles durch Jesus entstanden? Ist der Vater so durch Jesus hindurch? Und sagte so, jetzt ist alles da. Und wenn wir uns die Schöpfung anschauen, wird einmal klar, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wie wurde alles erschaffen? Durchs Wort. Und es ist so krass, wenn wir uns diese Stelle eigentlich genauer anschauen im 1. Mose 3. Ich lese mal aus meiner Bibel vor. Du kannst es gerne kurz aufschlagen. Ich will mich nicht allzu abschweifen. Vom Thema, wenn wir uns diese Stelle im 1. Mose 1. Danke. Genauer anschauen. Du bist der beste Gorgi. Wenn wir uns diese Stelle im 1. Mose 1, Vers 1 und 2 anschauen, lesen wir. Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. 1. Mose 1, Vers 1-3 Und wir haben hier drei Komponenten, wie diese Erde überhaupt entstanden ist. Wir haben einmal Gott, Altebräisch, Merzal, Eloha, das heißt mehrere, Gott, dann haben wir einmal den Geist Gottes, der vor allem über dem Wasser schwebte und wir haben das Wort. Das heißt, wir haben die Trinität bereits sichtbar in den ersten Stellen der Bibel und weiter lesen wir auch, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild gleich. Das heißt, sogar davon können wir schon ausgehen, Gott ist dreieinig und er ist von der Schöpfung an bis zum Schluss der dreieinige Gott. Dann könnten wir auch noch weitergehen, aber machen wir jetzt mal nicht. Also jetzt lesen wir, Gott, Jesus, war am Anfang. Gucken wir mal, die nächste. Er war am Anfang, er ist der Anfang und durch ihn ist erstmal hier alles erschaffen worden, weil er das Wort selber ist und deswegen sagt auch dann Johannes und das Wort wurde Fleisch. Das heißt, das Wort Christus kam hinab in Form, in der Gestalt eines Menschen und kam zu uns. Wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, nehmen wir Jesus persönlich auf, weil er das Wort Gottes ist. und Geschwister werden gleich noch sehen, warum das Wort Gottes so wichtig ist, aber das Wort Gottes zeugt in uns den neuen Menschen. Das ist der Schritt Nummer eins, die Annahme seiner selbst. Denn dieses Wort ist Jesus Christus. Wenn wir dieses Wort aufnehmen, zeugt Jesus in uns einen neuen Menschen. Wir haben oft den Namen dafür wiedergebohrt. Er zeugt in uns diesen neuen Menschen. Johannes eins Vers zwölf bis dreizehn nochmal. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Altgriechisch aus von Gott gezeugt sind. Ich höre so auf die Frage, wie werde ich von Neuem geboren? Ab wann bin ich von Neuem geboren? Wie werde ich von Neuem geboren? Und ich denke Geschwister, dass die Wiedergeburt 100% zwei Faktoren hat. Einmal durch sein Wort und einmal durch eine Offenbarung vom Vater. Matthäus 16 13 bis 17 Als aber Jesus in der Gegend von César Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Gesandte, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut, genau wie wir es hier im Johannes Einstein haben, hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wir können uns keine Mühe geben, von neuem sich hinsetzen und sagen, Gott zeugt in uns den neuen Menschen. Das geht nicht durch Fleisch und Blut, auch nicht durch Fleiß und Mühe, sondern Gott durch seine Offenbarung, durch sein Wort zeugt in uns diesen neuen Menschen. Genau, hier haben wir das Ganze nochmal, die in Aufnahmen. Jetzt ist die Frage, Geschwister, das gilt noch im Schritt Nummer 2, wie Gott unser Leben erneuern möchte, was bewirkt die Wiedergeburt in deinem und in meinem Leben, die Ersten gehen schon, gehen schon, ich hoffe schon, dass ich zu lange rede. Was bewirkt die Wiedergeburt in unserem Leben? Wir denken oft, wenn wir von neuem geboren werden, zieht uns Gott hinein in einen super starken Dienst. Du bist von neuem geboren? Krass, wo willst du anfangen zu dienen? Jetzt hat dich Gott berufen in einen Dienst. Und ich denke aber, Geschwister, die Wiedergeburt schafft in dir eine neue Identität. Ich bin davon überzeugt, dass die Wiedergeburt in uns die Identität der Sohn und Tochter schafft, schafft. Wir lesen in Galater 4, 4 bis 7, 3 bis 8, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Aber Vater! So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn dann auch Erbe durch Christus. Unsere Auffassung ist aber, dass wenn der Geist Gottes unsere Herzen erfüllt und wir von Neuem geboren werden, dass der Geist Gottes als erstes Schabaret deriand du korebe des Sia ruft. Und wir sagen, oh, du bist wieder geboren, das Sprachengebet, super. Aber das Erste, was der Geist Gottes in unserem Leben ruft, in unserem Herzen ruft, ist, Aber Vater! Warum ruft der Geist Gottes in uns zuallererst Aber Vater, weil Gott möchte nicht, dass wir in allererster Linie seine Sklaven werden, sondern seine Kinder. Gott hat keine Sklaven erschaffen, sondern er hat Kinder erschaffen. Er wollte einen Gegenüber haben. Und warum möchte Gott, dass wir wieder Kinder werden? Weil in dieser Kindschaft wirst du und ich von ganz Neuem geprägt. Gott sagt, vergiss dein kommel altes Leben, vergiss alles, was da war, schneide es ab und lass mich in dir diesen neuen Menschen zeugen, der geprägt wird, allein von mir. Das will Gott mit dir und mir. Und dann fängt es an, dass Gott sagt, weil du sein Kind bist, das ist gut, das ist schlecht. In der Kindheit werden wir geprägt, Geschwister. Wir lernen, was es heißt, was gut und was schlecht ist, bringen uns das im besten Falle bei. Und deswegen, Geschwister, ist wiedergeburt, hundertprozentiger Prozess. Und diesem Prozess, Geschwister, dürfen wir alle durchlaufen. Wir dürfen alle Säuglinge sein. Ich habe dir dazu geschrieben, ein Säugling kann noch nichts, kann nur staunen. Unser Baby, mein bester Freund Samuel, jetzt nächste Woche ein Jahr alt, als er noch ein Säugling war, wissen was er den ganzen Tag gemacht hat? Nichts. Nichts. Er hat geschlafen, geschlafen, geschlafen und wir haben gewartet, dass er endlich seine Augen mal aufmacht, dass er mal irgendwas tut. Nichts. Er hat ein bisschen geschrien ab und zu, wenn er Hunger hatte. Er hat nur gestaunt, weil alles was er sah, Neuland fein war. Und wenn wir zu Christus kommen, wenn wir so schnell verheizt alles zu verstehen, Alpha-Korse, theologisch musst du das und das verstehen und das musst du auch verstehen, aber lass uns doch, wenn wir neu in Jesus sind, erst mal staunen, was Gott für uns getan hat. Lass uns erst mal staunen, was es heißt, ein neues Leben in ihm zu führen, anstatt sofort in diese religiöse Schiene hineinzugehen und zu sagen, du musst das, 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 das und wenn nicht, gehst du doch in die Hölle. Nein, wir dürfen staunen, was Christus für uns alles neu gemacht hat. Es geht weiter, du wirst ein Kleinkind. Was macht ein Kleinkind? Es erkundet seine Umgebung. Jetzt kann mein kleiner Junge mittlerweile auch ein bisschen krabbeln, nicht nur ein bisschen, er krabbelt durch die ganze Wohnung und räumt alles aus, jedes Regal. Er räumt es aus, er erkundet die Umgebung, er guckt mal, was ist denn dieses neue Leben hier? Was bedeutet es denn? Was ist denn das hier alles? Ich saß mal so am Esstisch, habe so ein bisschen was erledigt und er war in seinem Laufgitter drin, auch wenn er nicht laufen kann, in seinem Krabbelgitter und plötzlich gucke ich so über den Tisch und ich sehe seinen Kopf so wackeln und ich gucke nochmal hin und er fängt an zu stehen und er hat sich so gefreut, dass er stehen konnte. Wisst ihr was? Er hat seine Umgebung erkundet. Er hat gecheckt, da kann ich hochkrabbeln, da kann ich auf einmal stehen und genauso dürfen wir, wenn wir in Christus sind, unsere Umgebung erstmal erkunden. Wir können gucken, was heißt es eigentlich in einer Beziehung zu Gott zu leben? Hey, was heißt es eigentlich in einer Gemeinschaft zu leben? Geht es weiter, Jugendlicher lernen Selbstständigkeit, Erwachsener ist in der Lage sein Leben zu führen, selber leben, selber führen zu können. Aber dieser Prozessgeschwister ist das, was Gott eigentlich für dich und mich geplant hat im neuen Leben. Kein Dienst, Gott hat dich nicht berufen zum dienen. Gott hat dich auch nicht berufen, dass du ihn irgendwie erlebst in erster Linie, sondern Gott hat dich erschaffen als sein Kind. Das ist so simpel, dass es wieder Sinn macht. Und ich denke, wenn wir diese Sohnschaft, diese Kindschaft in unserem Leben empfangen, wir können sagen, Gott, wir sind deine Kinder und du zeigst uns, was gut und schlecht ist, dann fangen wir auch einfach mal an, gesund zu wachsen in ihm. Was ist denn in unserem Leben zerstört? Dein Aussehen, dein Geist, oft auch dämonische Belastung, es ist deine Seele, die zerstört ist. Und diese Seele möchte Gott erneuern. Da möchte Gott einen neuen Menschen schaffen. In deiner Psyche, das ist eigentlich das altgriechische Wort für Seele. Der dritte Punkt ist, durch sein Wort. Gott möchte uns jetzt durch sein Wort zu einem neuen Menschen machen. Wir lesen im 1. Petrus 2, 1-3, auf die Uhr gucken. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Jesus gab uns sein Wort, dass wir dadurch heranwachsen dürfen und das ist interessant, dass Petrus hier diesen Wortgebrauch neugeborene Kindlein gewählt hat. Nicht Kinder, sondern Kindlein. Warum? Er beschreibt hier Säuglinge und er sagt, seid gierig als Kindlein nach dieser Milch. Hat jemand schon mal einen Säugling erlebt, der Hunger hat? Kann man das Kind irgendwie beruhigen mit irgendwas? Vielleicht kurz. Wenn ein Säugling Hunger hat, dann geht es richtig ab. Der schreit oder die schreit, schreit, schreit. Warum? Sie ist abhängig oder die Person, dieses Baby ist abhängig von dieser Milch, weil dieses Baby weiß, es braucht es. Und sie sagt, Petrus sei, dass wir genauso gierig sein sollten nach dem Wort Gottes. Warum? Das Wort Gottes erzieht uns. Es sorgt dafür, dass wir heranwachsen können. Ein Säugling ist so abhängig von der Milch. Es ist so abhängig davon. Wenn ein Säugling Hunger hat und du steckst ein Steak in den Mund oder Pommes oder Big Mac, wird das weiter schreien, damit kann es anfangen. Warum? Es will seine Milch. Und ich habe mir die Frage gestellt, Geschwister, sind wir noch so gierig nach dem Wort Gottes? Wissen wir noch, dass das Wort Gottes das ist, was wir benötigen, um geistlich zu wachsen? Wissen wir das noch? Stehen wir noch morgens auf und können es gar nicht erwarten und sagen, oh ja, gleich lese ich wieder meine Bibel, weil ich weiß, ich wachse natürlich heran oder stehen wir morgens auf und sagen, ich bin ein guter Christ, ich bin ein guter Christ, ich bin ein guter Christ, ich habe keinen Bock, aber ich fange jetzt an zu lesen. Gibt es auch so Tage. Aber Gott sagt seid gierig danach. Warum? Gott, der Vater, möchte dir durch sein Wort zeigen, was jetzt in deinem Leben richtig und was falsch ist. Das ist genau das Nächste, was wir lesen im 2. Timotheus 3, 16-17 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zu Belehrung, zu Überführung, zu Zurechtweisung, zu Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wenn man sich diese zwei Verse so anschaut, muss man sich echt mal fragen, brauchen wir irgendwas anderes eigentlich? Das Wort Gottes belehrt uns, es überführt uns, es weist uns zurecht, es erzieht uns in der Gerechtigkeit. Warum erzieht uns das Wort Gottes? Im Altgriechischen finden wir auch das Wort Züchtigung, es züchtigt uns. Warum? Weil Gott sein Wort hier gelassen hat, damit er jetzt sagen kann, das wird dir zum Segen sein und das wird dir zum Fluch sein und Gott der Vater möchte dich erziehen wie ein Mann seinen Sohn oder seine Tochter erzieht und das lesen wir auch im 5. Mose 8 Vers 5 und hier endet diese Reise von dem von dem israelischen Volk in der Wüste und das fünfte Buch Moses besonders weil es ist das Buch was Jesus am meisten zitiert es ist das Buch womit Jesus um sich schlägt in der Wüste Matthäus 4 1 bis 11 es ist das Buch was eigentlich bestätigt Gott hat einen wunderbaren Plan auch mit Israel in der Wüste gehabt und in diesem Kontext sagt dann Gott zum Volk so erkenne nun deinem Herzen dass der Herr dein Gott dich erzieht wie ein Mann seinen Sohn erzieht wir denken oft dass das Wort Gottes die Gebote Gottes uns einengen möchten uns behindern möchten unserem Tun warum kommt gleich warum weil wir so weltlich geprägt sind unserer Seele dass wir denken wir wissen was gut und was böse ist aber Geschwister Gott möchte uns zeigen was gut und böse ist Gott möchte sagen das ist gut und Gott möchte sagen das ist falsch und das ist diese Gesinnungsänderung in unserem Leben dass wir die Gesinnung von Jesus annehmen Philippa 2 Vers 5 Nun seid so gesinnt wie es Christus Jesus auch war der als in der Gestalt Gottes war es nicht wie ein Raub erfunden hat Gott ähnlich zu werden nimm 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 diese Gesinnung jetzt an und wisst ihr wo ich es am allermeisten lernen durfte bei dem kleinen Mann hier mein bester Freund Samuel echt meine große Liebe irgendwie so ein Kind ist was ganz besonderes und wir sind wirklich beste Freunde geworden in diesem Jahr und an ihm durfte ich sehen was es heißt dass Gott ein Vater ist der uns nicht zu irgendwas verheizt oder uns irgendwas auftragen möchte sondern dass Gott wir verwöhnen unser Kind zu sehr ich bin echt ein Problem wir verwöhnen unser Kind wirklich zu sehr das ist das erste Kind wir lieben ihn so sehr jetzt sehe ich ihn gerade sogar da hinten spielen meine große Liebe hey daddy und wir verwöhnen ihn wo wir nur können zum Beispiel hat er ein super Kinderbett aber er schläft bei uns in der Mitte im Bett und ist auch manchmal schwer ihn da raus zu bekommen und ich schlafe links er schläft in der Mitte meine Frau schläft auf der rechten Seite wir haben so ein hohes Boxspringbett und es ist eigentlich die morgendliche Routine er wacht als erstes auf fängt an mir an den Hahn rum zu reisen schreit laut ganz laut da da das heißt in unserer Sprache Papa bis ich dann wach bin dann wenn ich wach bin geht er rüber zu meiner Frau der gleiche Prozedere auch da wird an den Haaren gerissen bis sie wach ist und wenn wir beide wach sind liegt er in der Mitte und er geht auf meinen Bauch es klingt fast gelogen was ich jetzt sage aber es ist wirklich so geht auf meinen Bauch faltet seine Hände zusammen und guckt für 2-3 Minuten still aus dem Fenster macht nichts rührt sich nicht guckt aus dem Fenster und fallt seine Hände was der Geist Gottes da in ihm tut werden wir vielleicht irgendwann auch hier vorne hören das macht er auf jeden Fall jeden Morgen aber dann geht es los weil dann versucht der kleine Mann wenn er sein Gebet wohl verendet hat jeden Morgen fast fast jeden Morgen über mich drüber zu hoppeln vom Bett runter und er zieht und dann will er immer springen und er will immer weg von dem Bett und über das Bett springen und eines Morgens wache ich auf morgens und der ganze Prozess läuft genauso ab und er fängt wieder an zu weinen er will über mich drüber springen er will vom Bett runter springen und plötzlich spricht Gott zu mir und Gott sagt mir mein Sohn genau so sagt das Gott zu mir mein Sohn warum lässt du ihn nicht über dich drüber hoppeln er sagt naja Gott weil wenn er da runter fliegt dann das tut weh ich wusste nicht was du sagen wollte ich sag aber Gott du bist doch Gott du weißt am besten dann sagt mir Gott mein Sohn warum denkst du möchte er über dich drüber hoppeln diese Wort weil von Gott hoppeln und ich sag Gott weil er Spaß und Freude daran hat und dann sagt Gott mein Sohn warum lässt du ihn nicht über dich drüber hoppeln und ich sag Gott naja weil ich doch weiß es tut ihm weh und Gott sagt nichts mehr und ich wusste genau was Gott mir sagen will Gott sagt in unserem Leben als Vater tu das nicht und wir denken warum denn warum dürfen wir das nicht tun das macht doch Spaß das ist cool das macht uns Freude das ist viel besser für mich denken wir und Gott sagt nein es ist nicht gut für dich und wir sagen Gott wir verstehen dich nicht und wisst ihr was der kleine Mann versteht mich nie morgens der versteht nie warum ich sage mach es nicht warum weil er diesen Weitblick nicht hat den ich habe als sein Vater und so ist es mit dem Vater Er ist unser Vater wir sind seine Kinder und er hat einen Blick über dein Leben den du nicht hast er hat einen Blick über dein Leben den du niemals haben kannst warum er schaut weiter als du und wenn Gott sagt das ist gut für dich als dein Vater dann meint er es dir nur gut wenn Gott sagt das ist schlecht für dich dann denkt er nicht jetzt habe ich ihn endlich Gottes werden und das annehmen was Gott für uns getan hat warum erst das schafft in uns einen neuen Menschen wir denken immer so oft warum Gott ist das nicht neu warum hast du mich da nicht geheilt und Gott sagt zum Schluss du machst ja nicht das was ich dir sage wisst ihr wenn ich den Autoschlüssel von meinem Vater geholt hätte ohne Führerschein hätte gesagt ich fahre über die Autobahn 300 Sachen und er hätte gesagt nein mach es nicht und ich mache es doch und mache einen Unfall und sagt dann Gott ja Papa warum ist das jetzt so passiert dann würde er sagen ich habe dir doch gesagt mach es nicht und genauso ist Gott mit uns Gott sagt nein wir denken ja und fragen danach auch noch dazu warum Gott wo Gott sagt der Anfang berichtet schon gefühlt vom Ende wir kommen langsam zum Ende das zweite ist das Wort Gottes ist unsere Waffe wir haben dieses neue Leben in Christus Geschwister aber wir müssen dieses neue Leben in Jesus verteidigen wir müssen es warum der Teufel versucht jahrelang dein Leben zu zerstören und dann hast vor allem ein neues Leben in Jesus und dann tut der Teufel sich nicht so hinsetzen und sagt dann okay jetzt hat er ein neues Leben jetzt muss ich aufgeben dann war es das jetzt nee der Teufel sagt dieses Leben möchte er dir rauben und deswegen gab uns Gott auch eine Waffe Epheser 6 der Geist das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes Hebräer 4 12 bis 13 denn das Wort 2 Scheide Geschwert und es trinkt durch bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens das Wort Gottes richtet es richtet unsere Gedanken und unsere Herzenseinstellung wir hatten letztens Monday School gehabt wer noch nicht angemeldet ist melde dich an das gilt auch für den Livestream wir hatten letztens Monday School gehabt und bei uns hat Pastor David Blasch gedient das war echt eine starke Lehre und er sagte zu Beginn unsere Herzen sind eigentlich nur böse Gott muss sie erst erneuern und wisst ihr was auch in Christus haben wir noch bereits böse Herzen die Gott verändern möchte er hat uns ein neues Herz gegeben aber der alte Adam die alte Eva kommt echt oft durch und wir haben das Wort Gottes der und Sinne da haben wir das Wort Gottes was sagt das ist gut das ist schlecht es gibt da noch viel zu sagen wenn du noch richtig rausfinden willst wie kann ich das Wort Gottes als meine Waffe benutzen dann kannst du gerne lesen Matthäus 4 1 bis 11 hier ist in der Wüstenzeit da lest man genau wie man mit dem Wort Gottes kämpft oder Epheser 6 die Waffen Rüstung Gottes der letzte Punkt für heute Abend Gott möchte uns ein neues Leben schenken durch seine Gemeinde und da lesen wir im Epheser 4 11 bis 16 und er hat etliche als Apostel gegeben etliche als Propheten etliche als Evangelisten etliche als Hürden und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes des Christus bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen zur vollkommenen Mannesreife zum Maß der 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 vollen Größe des Christus mit Darum Wie nennst du hier Leute in der Gemeinde Bruder und Schwester oder also wir haben Vater wir haben Kinder wir haben Bruder wir haben Schwestern was ist das es ist eine Familie und in dieser Familie Gottes darfst du gesund heranwachsen durch die Identitäten die Gott gegeben hat Apostel Propheten Evangelisten Hürden und Lehrer und wie oft sagen wir Mann das was meine Gemeinde macht meine Gemeinde sagt die Leiderschaft das ist so hart das ist so falsch das tut mir nicht gut aber Gott sagt hey ich habe sie eingesetzt nicht dass sie alles richtig machen auch sie machen Fehler aber dass du durch sie heranwächst hin zu mir alles das fördert insgesamt Zusammenfassung hu Lass mal einen Schluch trinken wirkliche Freiheit entsteht dann wenn wir die Wahrheit zulassen es bringt nichts wenn du sagst das alte Leben ist abgeschlossen da schauen wir jetzt nicht mehr drauf ich bin keine Salzsäure wie es im Lukas steht ist damit nicht gemeint sondern reflektiere im Heiligen Geist wobei dir ein Schaden ist noch aus der Vergangenheit und lass es zu dass Gott durch die Wahrheit dich freimachen kann und wird der Teufel der Teufel versuchte unsere Sinne zu verblenden wir müssen es eingestehen und auch sehen dass der Teufel unsere Sinne immer noch verblenden möchte und verblendet hat und dagegen müssen wir echt gegenwirken und Jesus möchte uns durch ihn selbst davon befreien und uns zurückführen in sein Ebenbild Jesus ist nicht nur gekommen damit wir schöne Gottesdienste haben sonntags um 11 Uhr sondern Jesus gekommen damit er dich zurückführen kann und wird in das Ebenbild Gottes und wiedergeburt heißt in allererster Linie auch noch viel mehr Aspekte aber in allererster Linie dass ein neues Leben in ihm zu führen das ist alles ja Geschwister ihr habt gehört nicht viel neue Theologie nicht viel neue Aspekte der Bibel aber ich denke dass Christus wirklich Freiheit schaffen möchte das ist